So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Didicum Racing Adventure 2 Und, ich sag nur Yo Ja und, wow Okay, wir brauchen noch Silbermünzen, oh Gott Warum habe ich in einem guten Versuch aufgehört, wo ich jetzt dann gleich verkacken werde? Oh, okay Cybernanen habe ich gerade mal, oh Gott Okay, ich hab vier Und da ist eine Okay, das ist noch nicht die letzte Runde, das gefällt mir Ey, Fipsi Ich bin auf deiner Seite Nee, eigentlich nicht Trotzdem, willst du mir den geben können Oder da lassen können, oder Was auch immer So, jetzt war hier irgendwo einer Münze Oder auch nicht, aber hier war ein guter Bananen Gute Banana Yay Hier war einer Irgendwo Yay Ich bin trotzdem sechs da Das ändert nichts daran Bäm Wow Ja, wenn du, ich hole dich wohl ein Oder auch nicht Kann da keiner von getroffen werden No Verkackt So, einen Versuch zeige ich dir noch hier mit Weil ich es jetzt schaffen werde Äh Go Nio Bananas Ja, und ich hab die Münze Okay, ich krieg, das ist gut Aber ich bin Fine Piam Yay Boost Bananas Ich hab fünf Bananas In der ersten Runde Das ist gut Ja, den Boost krieg ich dann nicht Der Boost sollte das einfachere sein Ja Ja, die hab ich jetzt auch nicht gekriegt, die Münze Ja, egal Pua Ja, okay, die hab ich Eine Ah, ich bin doch acht da Aha Siebter Sechster Fünfter Nee Na, da war ein Boost Den hab ich schön verpasst No Oh, nicht mal den Boost Ach, fuck Hm Zwei Münze noch, okay Hm Hier war doch einer, oder? Yay Ich bin dritt Ey, was haben die gerade da gemacht? Warum haben die mich im Looping angeholt? Das geht nicht, das geht nicht Das darf nicht sein Okay, zweiter Was hat der erste da wie einen Vorsprung? Leck mich Fett Wie soll ich den in einen? Will ich mit einer Lenkroquette? Oh, scheiße Okay, wir sehen uns dann zum Versuch, der klappen wird Bis dahin So, Versuch Nummer drei Yay Dann machen wir's mal Bam, eine Banane Eine Münze Längere Kette und Die schießen wir ab Boom Erster Nee, zweiter Okay Zwei Bananen Bam Den Boost hat man nicht die Münze Gericht, okay Alles voll legen da mit Minen mit Dings da Okay, Münze gericht Boah, hier ist sowas los auf der Strecke Voll die Party, Alter Alle auf einen Haufen Das gibt's doch nicht Jedes Mal ist das so Boah, man rempelt sich hier nur gegeneinander Boah, man kann nicht richtig fahren auf der Strecke Die drängeln hier alle so Das gibt's nicht Man muss den ersten Platz unbedingt haben Vorne rein oder was Boah, wie alle durcheinander hier fahren Mmm, Boost Okay, erster, das ist gut Das ist gut Und wieder alle auf dem Haufen Ja Boah Leck nicht Ich hab alle Münzen Uh Seh ich jetzt erst Boah, alle wieder Alter, das gibt es nicht auf der Strecke Guck, grad erster, sechster Und Ich ramme dann auch jeden Mit Boost Komm hier gar nicht weit Außer man ist erster Wie ich jetzt Und fahr dann gegen die Decke Ja, den Boost Kredit ich auch natürlich Keine Möglichkeit hin zu kriegen Schuh So Erster, erster bleiben irgendwie Irgendwie schaffen wir uns erster zu bleiben Obwohl ein ganzer Mop hinter mir ist Ich bin nur noch ein Looping vom Ziel entfernt Und nein Nein Tja Yes Yo Hans, guck in die Luft Oder was auch immer Yeah Und Ach, zwei Strecken fehlt tatsächlich noch Ich dachte Nein Ja, okay Spadeford Spadeford Oh, Spaceballs Elfer Och, nie Flugzeuglevel Oh, oh, oh Reingucken werde ich Auf jeden Fall Go, okay Die ist mal leicht Die ist leicht hier Und da sind Bananen für mich Oh, das ist gut Ey, die Bananen sind echt für mich gemacht Und die habe ich da oben auch gerade gesehen Okay, das ist nett gemacht Da in der Ecke sind schon mal keine Das ist gut Wow Fuck Ich hasse diese Kurve Habe ich das jemals erwähnt? Fick dich Die ist blöd Ich habe die geil gekriegt irgendwie Haha Da oben ist eine Da oben ist eine Da muss ich einmal hier alle Münzen mit einmal durch Holen und dann halt keinen Boost wollen Aber alle mit einmal Und die sollte ich mir nicht in der ersten Runde holen Weil ich Bananen haben will Obwohl, es gibt ganz gut in der Welt So, wo sind die anderen beiden? Hier sind schon mal keine Das ist gut Autsch Ah, weißt du wie das weh das tut Alter Boah Alter Nyaa 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 Wow Ah Alter Ich komme mir mal überall gegen Alter ey, alter Nyaa Boah, ich hasse diese Kurve Ja, ich sage das jedes Mal, wenn ich die durchfahre Da fühle ich so ein Teil in der Luft Nyaa Und damit hätten wir Ja, okay, das ist die letzte Nein, ich habe die Kamera wieder umgestellt Äh, dieses Keine Ahnung Teil da wieder umgestellt Ne, wie stelle ich das wieder um Äh, okay Noch ein Versuch So Yay Meine Bananen für mich So, die hole ich mir auch in der ersten Runde wohl Ja, oder auch nicht Ah, die habe ich vergessen, okay Ja, gehe ich das erste Mal da durch? Ne, ich will Bananen haben in der ersten Runde Dann gehe ich in dieser Runde mit dem Bogen Oh Gott, meine schönen beiden Bananen Moins Au Ich habe noch gesagt, es gibt gut Bananen Ich habe gerade mal Zwei Ach, da bin ich Yay Ach, hier gab es das nicht Yeah Oh Gott Yay Okay, geh geh geholt Ja, der Boost Scheiß drauf So, gehe ich da diesmal so durch Okay Ich bin trotzdem im Achter Aber ich habe fast alle Münzen Welche Münze fehlt mir denn noch Ja, okay, ich weiß nicht Die schwerste würde ich mal sagen Auch wenn die mitten im Weg ist Ich sage die schwerste Boah, ich bin achter Wie soll ich das schaffen? Ja, ist die schwerste, garantiert Weil ihr so mitten in der Luft oben ist Und ich habe keine Ahnung, wie ich schaffen soll Die erste zu werden Echt, keine Ahnung Keine Ahnung Null Außer gleich am Anfang irgendwie ganz schnell Bananen Weil das immer irgendwie so eine Lösung ist Die Lösung für alles Bananen Der erste ist hier, leck mich Ne, das mache ich beim nächsten Mal Da habe ich jetzt eh keiner Zeit mehr für Zum Glück, sage ich Ich mache es keine Zeit mehr für Boah, bis dahin Lark Ich mache es nur mit Vielen Dank.